Nein, 128. Deine Mutter ist doch... Ohhhh... 119. Ich durfte dann theoretisch jetzt mit drin sein. Eine Ewigkeit später. Oh! Jetzt geht's aber los hier, ey. Jetzt geht's doch los. Ach du Scheiße! Juhuhuhu! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. H1Z1 mit mir und ich weiß nicht, wo ich hin soll. Oh shit! Ich will noch mal T, ne? Ich war super umdrehen. Scheiße! Ich war grad noch an Nachrichten schreiben. Oh, ich bin hier allein. Oh Gott, da ist die Steuerung. Oh, ist die behindert. Im Ernst? Äh... So. Ich wollte ganz schnell hier Optionen gehen und... Alter! Äh... Nein! Was mach ich denn? Gameplay, oder? Ah ja, hier. Monsensivität. Monsensivität. Aiming. Runter. Runter. Besser. Ach du Scheiße. Erstmal völlig verplant. Nein! Warte! Ich dachte schon. Bin glaub ich hier allein. Wird schon richtig fleißig geschlachtet. Und ja, mal Sekunde. Ich muss es mal... Erstmal hier. Äh... Deine Mutter hat keinen Spaceportet. Ja, hier. Ja, hier. Standard sei es... Was muss ich hier nicht machen? Hallo? Cripp. Warte hat keinen Spaceportet. Warte. Äh... So. Das ist... Ah, okay. Das... Ich weiß nicht, was dafür genau. Das ist doch... Das ist so fucking freaky. Hier ist überhaupt nichts los. Oh. So. Ich muss das wieder einspielen. Oh man. Äh... Woll ich machen. So, Treuendachter. Ja, ist ein Treuendachter. Ah, wichselt raus. So und das damit. Ich bin jetzt mal hier völlig überfordert. Wie anscheinend ein Krankenhaus, wie es aussieht. Ich brauche keinen Pistolen, Moni. Ich bin das Richtige. Ah, ich bin so cool. Und jetzt. So. So. Ich bin geschrieben, was ich gehe. Wohin geht es. Aha. Wohin geht's. mal und schon mal viel muni deckt mich hier mit munition an das ist nicht feierlich und gleich im ersten kampf sterbe ich sowieso so hat er wirklich so kommen und spaß mache ich und zwar was sind die total scheiße und verwenden ein kann man nicht okay und noch safe es gibt hier gibt es voll die kassen schütterweise ich hab mich immer noch ein das ist eigentlich so viel schritt wie viel habe ich denn überhaupt davon schon 10 mittels oder so nee brauche ich nicht Gut, dasselbe. Ja. So. Wir wollen... Tschüss gerade. Erstens, wieso liegen hier so viel krass mit den Kids? Weitens, ich komme nicht mehr raus. Erstmal. Und ich bleibe allein diesen Kids haben den Komplex, glaube ich. Du kannst... So. Noch bin ich safe. Aber ehrlich gesagt, ich bleibe hier, glaube ich, lieber. Ist ja auch kein Auto oder so. Hier war ich ja schon genau. Jo. Hallo. Krass, ich bin schon bei... Es sind noch 51 übrig. So. Aktuell bin ich noch safe. Die Frage ist... Und ich wette, es wird irgendwo in den Bereich hier gehen. Irgendwo in den Bereich Richtung... Solche Tierlegs gehen. In der salzige Tränensee. Es wird schon hundertprozentig in die Richtung gehen, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht. Äh... Momentan schaue ich in Süd. Was, wie kann man denn so laute Fußgeräusche machen? Es ist halt keine Menschenseele hier. Alter, wir sollen hier so viel Schrot finden, Muni. Und ne Weste. Ob so viel... Hier liegt fast so viel, Muni. Das ist... Das ist ja nicht wahr. Noch die 4 Schuss hier. Äh... Hoppala. War ich nicht. Äh... Kann ich auch nicht mitnehmen. Oh, da kann ich noch 2 Patronen mitnehmen. Das ist natürlich super. Okay. Es sind noch 18 übrig. Ich habe bisher nichts gesehen. Ich habe 7 Medikits. Ich habe 10 Stück. Oh. Es klingt jetzt schon langsam hier. Ich habe echt keinen Peil, wo ich hin soll. Ich hoffe, inzwischen muss ich nicht mal mehr, wie ich hier rauskomme. Ich habe echt keinen Plan. Ich laufe hier ständig im Kreis. Ah! Ich habe Angst. Und ich komme hier nicht mal raus. Ich... Das Gebäude ist voll komisch. Ich hoffe auch immer mit demselben Weg entlang. Exit. Alter. Der Türkeräusch, ne? Was machen die denn? 12! Ich bin jetzt schon 12 da. Ich habe nichts gemacht. Ich habe überhaupt nichts getan. Es sind immer noch mehr Medikits. Und noch mehr Medikits. Jawohl. Hier liegen allein 4 Medikits oder so im Raum. Alter. Ich bin voll im Bereich. Und die kommen auf jeden Fall hier ins Gebäude. Schau dir das mal an, ne? Ich bin hier wahrscheinlich, ne? Ich bin mir vorstellen, dass ich hier bin. Ich bleib nicht ran scrollen. Leuchten doch nicht. Hallo? F drücken. Jetzt wird das eng, ne? 2014 Wir schauen uns hier wieder auf, das ist wahrscheinlich so. W Disability. Ich muss auf jeden Fall in die Richtung in den Norden. Überhaupt nichts. Oh jej. Musik ich muss ein gegenteil ich muss richtung worden als solche schlitter mir direkt also auch nicht wohin noch ein bisschen wie groß ist in der schweiß quadrand auf jeden fall ist norden die richtige richtung schon nix behaupten aber ich glaube hier bin ich ein bisschen sicherer war hier wo ist der denn ach da unten ich bin an der straße bleibt nichts jetzt mal beim wohnwagen werden paar sein also ich glaube eine auf jeden fall hier nochmal fernglas ich bin top 5 alder jetzt warte ich jetzt hier reingehne also da ist jemand drin und da hinten war auf jeden fall jemand ob ich gesagt hast du weißt wo ich war wer hat ne sniper es gibt nicht es ist zu weit von an der straße ich gehe wieder hier hin hier war ich safe was ist denn das was ist denn alles abgefahren ich habe halt nicht eingekillt nein 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 ich bin nicht angekillt ich würde im nahkampf wahrscheinlich mit meiner schrot fertig machen aber der hat halt ne sniper ich muss jetzt mal in nahkampf kommen ich weiß nicht was für die leute hier teilweise shots raushauen ich bin wirklich im krass im krass eigentlich sicheren bereich der verkannte nicht sein die letzten vier verstöcken sie natürlich also die anderen drei oder ferner oder was sind da hinten bei dem grünen ding da war irgendwas und der weiß dass ich hier bin der weiß das du wirst euch nicht genau wo ich bin an der grenze glaube ich 's ob ich soll ich ich nass sie kämpfen gleich gesagt da kann ich vielleicht mit ein kill davon scheiße drei mann also der typ der hier links beim polizei auto ist einer der wahrscheinlich rechts ist und ich und der macht den jetzt auswendig und ich weiß genau wo er ist oder also doch die feiten sich jetzt also ich bin ja schon mal safe showdown macht er denn er fährt wohnen da sind aber und jetzt sind drei zeiten shit ey verpisst euch doch und und Was macht der denn? Der Typ soll in Bewegung bleiben, ne? Was ist zu mir oder wohin? Was kommt zu mir? Ne, oder doch nicht? Was sind beide dahinten? Erinnert aber auf jeden Fall eine Sniper-Sort, ich weiß. Geh weg, Gas. Geht beide auf mich, alles klar. Ich bin voll offen! Oh-oh. Ah, ich betritt er! Keine Chance, das ist ein Binde. Also, ich habe gesagt, der andere Sniper. Ah, das war aber, also, ohne Spaß, ne? Was das war einfach nur! Was das einfach war! Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Das ist ein Sniper-Battle, das hätte ich auf jeden Fall verloren. Oh-oh-oh. 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 Alter, was das aber war! Äh, ich, ich bin jetzt mal richtig lucky allein in einem riesigen Krankenhaus. Oh-oh-oh. Und dann bin ich runter bis die letzten zehn Mann. Ich bin die letzten, bei den letzten zehn Mann bin ich immer noch allein da drin. Das ist ein letzter Reißen des Battles, Alter, der braucht eigentlich nur aufs Auto schießen. Das explodiert und der ist tot. Ey, jetzt habe ich mir, jetzt habe ich mir eigentlich so krass wie Munizam gefarmt. Eigentlich aus so krassen Gründen, aber halt, ich war halt auf der anderen, auf der falschen Seite vom Smoke. Also, vom Gas war ich halt auf der falschen Seite, ich war halt auf der Seite, von denen das Gas kam. Und die waren halt auf der Seite, auf der das Gas stand. Ja, aber dritter durch Luck. Okay, das war also nice. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen, auf Wiedersehen und äh, ich weiß nicht, bis denne. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.